Du willst wissen, wo du auf deiner letzten Tour mit dem E-Bike langgefahren bist, wie lange du gebraucht hast und wie schnell du warst? Und du willst, dass eine App das von ganz alleine macht und du bestenfalls keinen Finger rühren musst? Die PowerUnity-App übernimmt diese Arbeit und on top bekommst du damit einen verlässlichen E-Bike-Diebstahlschutz. PowerUnity ist Experte in Sachen Tracking-Apps und E-Bike-Diebstahlschutz. Ich bin Matthias von PowerUnity und erkläre dir in dieser Folge, wie du die PowerUnity-App richtig nutzen kannst, um deine Routen mit dem E-Bike aufzuzeichnen. Außerdem verrate ich dir, warum das Tracking mit der PowerUnity-App effizienter ist als mit vielen anderen. Ich bin Matthias von PowerUnity-App. Wenn dich die Themen GPS-Tracking, E-Bikes und Fahrradsicherheit interessieren, dann bist du auf diesem Channel genau richtig. Abonniere den PowerUnity-Kanal mit einem Klick auf Subscribe und werde Teil unserer Powerful-Community. Und jetzt zurück zur PowerUnity-App. Um die PowerUnity-App verwenden zu können, brauchst du nur zwei Dinge. Den GPS-Tracker, Bike-Tracks und die App selbst. Die bekommst du kostenlos im Google Play Store oder im App Store. Montiere zuerst nach der beigefügten Anleitung den GPS-Tracker im Inneren deines Bikes. Lade dir dann die App herunter und registriere dich mit deiner E-Mail und deiner Bike-Tracks-ID. Die ID bekommst du mit dem GPS-Tracker. Anschließend koppelst du die App mit deinem Tracker und schon kann es losgehen. Routen aufzeichnen. Die PowerUnity-App zeichnet Routen automatisch auf, sobald du losfährst. Du musst also nicht, wie zum Beispiel bei Komoot oder Geo-Tracker, Start und Stop drücken. So kannst du auch nicht vergessen, eine Aufzeichnung zu starten oder sie zu beenden. Verwaltung von Touren mit dem Routen-Tagebuch. Alle deine gefahrenen Routen werden im Routen-Tagebuch der PowerUnity-App gespeichert. Auch das passiert natürlich automatisch. Um sie einzusehen, gehst du auf Routen. Es erscheinen nacheinander Karten mit gefahrenen Strecken und Statistiken zu Bewegungszeit, Distanz, Durchschnittsgeschwindigkeit und maximaler Geschwindigkeit. Willst du eine Strecke im Detail anschauen, klickst du auf die Karte. Anschließend kannst du sie vergrößern und verkleinern. Außerdem hast du die Wahl zwischen drei Ansichten. Standard, Hybrid und Gelände. In jeder Ansicht siehst du blau eingezeichnet die Strecke, die du gefahren bist. Jeder Stopp, den du eingelegt hast, wird durch eine Ziffer gekennzeichnet. Klickst du eine davon an, erfährst du die Uhrzeit. In der Detailansicht kannst du durch einen Klick auf das Mülleimer-Symbol eine Route oder einzelne Segmente löschen. Routen teilen und exportieren. Du willst deine Routen mit anderen teilen? Dafür hast du mit der PowerUnity-App mehrere Möglichkeiten. Daten auf Social Media teilen. Gehe dazu in der Übersicht auf das Symbol oben rechts bei der Aufzeichnung, die du teilen willst. Klicke auf als Bild teilen und anschließend wählst du einen Kanal aus, zum Beispiel Facebook oder WhatsApp. Du kannst die Karte auch auf Google Drive speichern oder ausdrucken. In der Desktop-Version führst du die ersten beiden Schritte genauso aus. Anschließend wird die Karte heruntergeladen und du kannst sie dann teilen. Um deine Strecke in eine andere App zu exportieren, gehst du ähnlich vor. Öffne dein Routentagebuch, klicke rechts oben bei der gewünschten Route auf das Symbol für Teilen und wähle als GPX-Datei exportieren aus. Wie du die Datei importierst, funktioniert je nach App unterschiedlich. Mit der PowerUnity-App kannst du Freunde oder Familienmitglieder einladen, deine Fahrten live zu verfolgen. So weiß die Person bei längeren Touren, wo du bist. Außerdem kann sie reagieren, wenn der Bewegungsalarm des Bike-Tracks GPS-Trackers angeht und dein E-Bike gestohlen wird. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr beide die PowerUnity-App besitzt. Klicke auf das Zahnrad-Symbol Einstellungen oben rechts neben deinem Bike-Tracks. Wähle Bike-Tracks teilen, gehe auf Nutzer hinzufügen und gib die gewünschte E-Mail-Adresse ein. Akzeptiert die Person deine Einladung, erscheint dein Bike-Tracks auch in ihrer App. Aber Vorsicht! Teile deine Daten nur mit Personen, denen du wirklich vertraust. Denn diese können im Anschluss zum Beispiel den Sicherungsstatus oder den Inhalt deines Steckbriefs ändern. Mit der PowerUnity-Flotten-Plattform mehrere Routen tracken. Du setzt mehrere E-Bikes ein, zum Beispiel für einen Verleih oder einen Lieferdienst. Mit der PowerUnity-Flotten-Plattform kannst du mehrere hundert oder sogar tausend E-Bikes gleichzeitig tracken. Dabei können die Software und die Plattform genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und in dein eigenes Buchungssystem integriert werden. Das klingt nach dem, was du brauchst? Dann informiere dich jetzt näher über die PowerUnity-Flotten-Plattform. Schau einfach auf unserer Seite für Flottenbetreiber vorbei. www.powerunity.com slash partner minus werden slash Übrigens, egal ob für ein E-Bike oder mehrere, mit der Kombination aus der PowerUnity-App und dem BikeTracks GPS-Tracker bekommst du Routen-Tracking und hocheffizienten Diebstahlschutz in einem. Du wirst sofort benachrichtigt, wenn jemand dein abgestelltes E-Bike bewegt und kannst den genauen Standort deines gestohlenen Bikes an die Polizei übermitteln, in ganz Europa. So bekommst du dein E-Bike mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurück. Du wirst mehr zu den Vorteilen und der Funktionsweise von GPS-Trackern erfahren? Du möchtest Tipps, wie du E-Bikes gegen Diebstahl sicherst und wofür du GPS-Tracking noch verwenden kannst? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung hier unten. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.